Oh nein, wir müssen Fotos machen. Oh nein, 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 nö. Okay. Okay. Oh Gott. 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 Ich bin allein! Ich bin allein! Ich bin allein! Ich bin allein! Manchmal sollte man die in Ruhe lassen. Ja, klingt auf jeden Fall nicht nach einem gesunden Verhältnis. Irgendwie zwischen Vater und Tochter. Ich bitte. Ich bin allein! Oh Mann! Oh Mann! Klo ist wieder zu. Was sagst du denn? Was sollen wir fotografieren? Äh, ich hätte jetzt nochmal auf den Polaroid geschaut, hier vorne, wo du gerade warst. Das ist doch nur die innertür, ne? Ja, aber davon hätte ich wahrscheinlich nochmal ein Foto versucht zu machen, wenn ich weiß, welche Tür es ist. Okay. Das weiß ich nicht. Sondern? Das ist ja, dass du das Polaroid aufnimmst und guckst, welche Tür das ist. Achso, warte! Dann wird jetzt da was drauf sein. Ach du Scheiße. Und? Ach, das ist krass, dass du erst warten musst, irgendwie, bis du es nehmen kannst, irgendwie, bis es entwickelt ist. Was ist denn? Hat man hier nicht mal einmal seine Ruhe? Oh, da schnappt er. Oh, da schnappt er. Stimmt. Und hier ist auch der Polaroid weg. Hm. Aha, alles klar, gut. Dann müssen wir anscheinend diese Fotos so nachstellen. Okay. Und das andere Foto war? Diese Wand. Ach, da wo Haasi war, oder? Na ja, auf jeden Fall müssen wir erstmal von hier fotografieren. Uhuhuhu. DJ Jake. Hm. Aber guck dir das nochmal an, äh, wie weit du davon weg sein musstest. Ja. Aber du siehst, da links an den, an den Bildern. Ja. Ist ja wie so ein, wie ein bisschen drin ist, dann hast du das große. Okay. Aber eigentlich, ähm. Da ist die Tür noch mit drauf. Auf. Ah, so. Genau. okay diese scheiße mies 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 und dann so oder war der boden auch noch so ein bisschen zu sehen und sowas alles gott siehst du noch die hand auf der schulter aus der scheiße so und ach man sie hat auch einen kammer in der hand diesen kleinen minihammer ja oh 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 ja 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 aber was denn was sollen wir denn tun ah shit 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 auf e hat ich bin jetzt auch hat ist ja what's this oh 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 Wieso? 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 Geh doch mal zurück und mach doch noch das Foto. Nö, ihr habt ja ne schöne Ritz. Ich freu mich. Nö, ist mir egal. Nö, lass mich. Aber das war hier, ne? Jaaa, ok. Tschüss, schlussi. Tschüss, schlussi. Wäth! Wäth! Hä, 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 hä. Nö, ok. War vielleicht nur der Hinweis für den Schlüssel. Ja, scheint so. Ok, Türschlüssel. Was? Mann, Alter. Mach doch nicht immer die verkackte Taschenlampe aus, Alter. Ich hab mich jetzt auch... Ich hab mich auch wirklich kalt gekriegt, dass die Badtür immer aufliegt. So, weil... Man rächtet überhaupt ja nicht damit. Ja, ne, ich hab aufliegt. Ich hab... Ich klickt und dann ist er einfach aufliegen. So wie? So, wisst du? Kommt, okay, damit ist das so aufliegt. Oh, Ball ist mir jetzt in mir gerollt. Oder kann ich den kicken? Kommen wir jetzt hier? Kommen wir hier weiter? Türschlüssel für... Die Badtür? Boah, who knows. Ok, wir haben einen Schlüssel. Ah, der zu keiner Tür passt, die wir hier haben. Oh Gott. Oh, das elterliche Schlafgemach. Wie schön. Ja, da saß einer. Nein! Ich muss erstmal ein Foto für die Entwickeln. Oh, da sitzt die da. Hallo. Stuben und Revierkontrolle. Oh, ne. Boah, Alter. Wie kann man das denn alles so runter rocken lassen, ey? Was ist denn noch einen schönen Aschenbecher oben gekippt hier? Hm, wunderbar. Läuft doch einfach mal. Was ist denn... Die seltenen Pflanzen. Wunderbar. Oh. Das ist ein anderer Schlüssel. Aber ich kann ihn nicht nehmen. Ach, schade. Ein Feuerzeug. Nimm mit! Nimm mit! Ja, kann ich tatsächlich nicht nehmen, ne? Schränke kannst du auch nicht aufmachen? Oh, hier ist ein... Foto. Na, wer seht ihr? Mhm. Die Geheimnisse. Das ist bestimmt Vorsorbenfrage. Schlüssel zur Schublade. Schlüssel zur Schublade. Oh, Gott. 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 Oh, was geht denn ab, Alter? Oh, Gott. Oh, Gott. Nein. Was war denn das für ein Schlüssel? Scheiße. Alice hat es geschafft, ein Foto von dem Bösen zu machen, das sie verfolgt hat. Oh, Gott. Oh, fuck. Hallo. Meinst du? Ich. Was? Hase? Woah. Woah, Alter. Ich bin wirklich kurz vorm Aufhören jetzt hier, Alter. Das wirkt mir jetzt echt heftig. Alter. Oh, ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. Oh, danke, dass ihr eingeschädet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Oh, ja. Nächste Woche seht ihr Giana Sisters. Oh, Mann, Alter. Wo war denn das? Die, was wo war denn? Wo war denn das Foto, wo sie das Böse fotografiert hat? Das war hier in dem langen Flur, war das, ne? Äh, dem da, oder? Ja. Scheiße. Auf damit. Ähm. Oh, Gott. Alter, was bist denn du? Was bist denn du? Erstmal ein Foto machen. Immer mal ein Foto. Na, Foto erstmal. Wird er sagen, wir spielen den Ball zu. Aber es geht nicht. Na? So. Oh, Mann. 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 Ah, Mann. Oh, Mann. Oh, Gott. Oh, Mann. Oh, Mann. damals von 1980 irgendwie damals im sommercamp mit der flöte okay wo ist das jetzt wieder mary war depressiv ja sieht man ja auch da mit dem bösen dahinter oh gott Ah... ...jemand. Detzintes zint... Oh! Oh neeee! Oh neeeee! Oh nein! Nein! Ja tatsächlich können wir das Böse nicht fotografieren, ne? Und wir das... Hey jo! Bro... Die Dooter auf die Bitch. Ich weiß jetzt nicht. Du bist echt mutig. Na was soll ich denn machen? Ich soll ich den Ball hinwerfen oder was? Hey du, hey du, hey du... Whoa! Mörderer, rara, 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 rara... Oh, fuck.